Paranoia, eine psychische Störung, die eine verzerrte Wahrnehmung zur Folge hat. Wahnvorstellungen produzieren Bedrohungen, die in der Realität nicht existieren. In extremen Fällen ist der Betroffene nicht mehr selbstständig in der Lage, die Realität von seinem Wahn zu unterscheiden. Wissen wir deinen Bruder eigentlich immer mitnehmen? Also ich meine, ich habe ja nichts gegen ihn, aber muss er wirklich immer dabei sein? Ich habe es dir doch schon so oft erklärt. Ich kann verstehen, wenn dich das nervt, aber weißt du, was er hat? Ich kann ihn nicht allein lassen. Lukas, jetzt bleib mal hier. Wir bleiben nicht mehr so lang. Wir bleiben nicht mehr so lang. Komm! Lukas! 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 Alles okay? Wir sind bei dir. Wir sind gerade. Hey! Hey! Lukas! Alles gut! Alles gut! Steh mal auf! Steh mal auf! Lukas! 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 Untertitelung. BR 2018